So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Montagmorgen, das E-Football 2024, Monday Update heute am 25. September. Wir gehen wie gewohnt rein, nehmt euch eine Tasse Kaffee und wir schauen uns gemeinsam die neuen Inhalte an. Übrigens, wenn ich es schaffe, sieht ganz gut aus, heute Nachmittag noch ein Gameplay-Vergleich zwischen E-Football 2024 und EA Sports FC 2024. Ich denke, ein ganz interessantes Video und dann kommen jetzt die nächsten Tage dann auch die versprochenen weiteren Guides zum Dreamteam-Modus, was Vertragsverlängerung angeht. Welche Tipps es gibt zum Spielerfähigkeiten-Ticket erspielen bzw. übergeben und einige andere Themen dann auch noch. Also Leute, noch etwas Geduld, die Videos kommen die Tage. So, jetzt aber rein in die Events und wir schauen uns mal an, was es hier Neues gibt. Spanische Clubs hier als Tour-Event gegen die KI. Hier seht ihr es wieder, diese Fähigkeiten-Tickets, die durchaus wertvoll sind. Natürlich die Bonusspieler hier alle aus den Vereinen der spanischen Ligen, muss man hier schon sagen. Wenn ich es jetzt hier mal richtig überfliege, dann dürfte das normalerweise hier natürlich nicht lizenziert, bis auf einige Teams selber die erste und zweite spanische Liga sein. Hier das Fähigkeiten-Ticket bei 3000 Punkten, der bestmögliche Preis im KI-Event kann man nebenbei laufen lassen, solltet ihr euch auf jeden Fall auch sichern. Spanische Clubs, denn hier natürlich das Pardon im PvP-Bereich, also gegen echte Spieler. Hier sind die Preise tatsächlich etwas attraktiver, weil ihr hier bei gleichen Spieler-Boni, also natürlich die gleichen Bonusspieler hier aus der spanischen ersten und zweiten Liga, desto schneller kommt ihr durch. E-Football-Münzen hier auf der Stufe 1 und dann einmal so ein Fähigkeiten-Ticket und einmal noch zwei. Also drei Fähigkeiten-Tickets und 50 E-Football-Münzen, das ist schon absolut ordentlich, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja, ihr seht es jetzt hier, ich habe das die Tage auch mal wieder echt schleifen lassen, habe jetzt aber auch mit EA Sports FC Videos einiges zu tun gehabt und noch einiges zu tun. Da kommt die nächsten Tage auch noch der Test raus und dann schaue ich, ob ich da noch das eine oder andere Video zu mache im direkten Vergleich mit eFootball. Das denke ich mal, bietet sich ja auch an und die Videos, die laufen ja wirklich auch gut, wobei das für mich nicht überraschend ist, denn EA Sports FC hat einfach eine ganz andere Reichweite. Das ist halt so. Okay, Events sind wir durch und dann schauen wir uns natürlich noch die möglichen neuen zu ziehenden Spielerlisten an. Hier haben wir eine besondere Liste und die ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut. David Villa, dann Samuel Eto'o und Fernando Morientes, zwei Mittelstürmer, ein links außen, alle drei natürlich die Booster-Spieler. Ein Pick gratis, den ziehen wir mal gleich hier live mit. Und das habt ihr hier gesehen. So, dann schauen wir uns die Liste natürlich mal an. Auch hier gibt es noch wieder ein paar schicke Karten, nicht im Standard-Karten-Design, was ja dieses hier ist. Zum Beispiel eine Vinicius Junior. Entschuldigung, wenn ich mir das jetzt hier mal anschaue, 29 Stufen, die ihr bei ihm hier noch draufpacken könnt, dann ist das schon auch echt eine richtig gute Karte, Leute. Das ist so. Also, das ist schon wirklich stark. David Villa hier links außen, könnt ihr jetzt mal den Boost hier anschauen. Hat also bei Ballkontrolle einen Boost, bei Schusskraft, Körperkontakt und Abschluss. Meisterhafter Flügel. Ja, ist natürlich schon definitiv auch eine interessante Karte. Aber an Angreifern vorne mangelt es mir qualitativ schon lange nicht mehr. Etow, da habe ich noch die, ich weiß gar nicht, eine seiner Sonderkarten. Da muss ich auch ein bisschen sagen, da muss ich auch schon wieder ein bisschen Kritik üben für neue Spieler. Leute, die drei Spieler, wenn ihr in gute Angriffsspiele investieren möchtet, würde ich sie euch definitiv empfehlen. Alle drei Klasse, Samuel Etow hier auch. Klar, ihr dürft ja jetzt nicht vergessen, das ist jetzt hier der Boost, der hier angezeigt wird, im ungelevelten Zustand. Also, das nicht vergessen. Ich habe ihn mir schon in der App eben angeschaut. David Villa auch. Die sind schon beide extrem lecker. Morientes auch gut. Der fällt in Gänsefüßchen für mich persönlich da ein bisschen ab. Aber auch ein sehr guter Spieler. Schon cool. Was ich aber ein bisschen kritisieren muss, ist tatsächlich, dass wir jetzt hier schon von diesen Spielern dann halt auch die zweite oder dritte Sonderkarte in diesem Bereich hier bekommen. Und das finde ich dann leider auch ein bisschen ideenlos, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber wie gesagt, für neue Spieler unter euch, die hier ein bisschen investieren müssen, wären diese Spieler von mir persönlich durchaus eine Empfehlung. Aber es kommen ja jede Woche neue. Sie haben auch den Rhythmus ein bisschen geändert, wie ihr seht. Denn diese Epic-Spieler, die sind ja eigentlich immer donnerstags mit den neuen Player of the Weeks gekommen und so weiter und so fort. Das finde ich aber ganz gut, dass Konami hier auch Montag einen Reizpunkt setzt für gute Karten, sage ich jetzt mal. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass sie das geändert haben. Und wie gesagt, hier die drei auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Auch die Spieler hier, Vinicius Junior, Griezmann, also mit denen kann man schon auch in seinem vermeintlich besten Squad was anfangen. So, dann schauen wir hier noch rein, ob es hier noch irgendwelche weiteren neuen Listen gibt. Die Player of the Week läuft bis Donnerstag, dann kommt die neue. Dann habt ihr hier noch National Team Selection Frankreich, beziehungsweise nicht nur Frankreich, sondern generell National Teams. Also da habt ihr auch den Julian Brandt, ihr seht ja hier vorne. Also auch hier kann man durchaus ziehen, wer möchte. Dann habt ihr hier die League Selection Spanien. Dann hier von diversen Clubs, also da sind schon gute Karten bei. Auch hier englische Liga, also da habt ihr schon echt leckere Karten. Wenn ihr das jetzt hier einfach mal seht, ja, einen Guardiol, der dann 96er Innenverteidiger ist. Declan Rice jetzt hier bereits in Arsenal Trikot. Also auch hier sind gute Spieler bei. Die beiden hier insbesondere, das sind schon Spieler, die eigentlich gerade in der Anfangszeit einen, euren besten Squad definitiv verstärken. Da brauche ich gar nicht reinschauen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich die Liste schon gezeigt habe. Wenn nicht, dann tue ich das jetzt. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die schon die Tage drinne war. Dann nehmen wir sie hier einfach noch mit. Also ihr seht es jetzt hier, englische Team Selection nochmal. Und hier habt ihr keine Limitierung im Ziehen. Das heißt, wie gesagt, das sind eigentlich mit die fairesten Listen. Ich sag mal, hier könnt ihr elfmal ziehen und habt mindestens diese beiden als absolute Top-Spieler für euer Squad. Gerade in der Beginnerphase. Und ich sag mal, das sind 1100 Coins. Das sind umgerechnet etwa 10 Euro. Und mit ein bisschen Glück habt ihr die natürlich nicht auf Pick 10 und 11. Das ist auch wieder nur eine persönliche Empfehlung. Die anderen, klar, Jadon Sancho, jetzt nicht so mein Fall. Aber auch das sind alles sicherlich Spieler, die man sich ausgelevelt auch mal anschauen kann. Also da habt ihr preisleistungsmäßig hier hinten sowieso eigentlich immer die besten Listen. Das sag ich jedes Mal. Denn ich habe ja auch jedes Mal Leute, die meine Videos erstmalig sehen. Und bin da natürlich dran auch interessiert. Gerade neun Spieler, neun Einsteigern in diesem Modus hier und da auch ein paar sinnvolle Tipps mit an die Hand zu geben. Ja Leute, das war das Monday Update. Wie ich finde, wieder ein definitiv gelungenes. Und ansonsten haltet die Augen offen. Weitere Videos, weitere Guides zum Dreamteam-Modus. Jetzt die Tage dann also. Heute Nachmittag noch der große Gameplay-Vergleich zwischen den beiden großen Fußballspielen, die aktuell am Markt sind. Und ansonsten wünsche ich euch am heutigen Montag einen guten Start in die Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.